hallo zusammen hallo freunde ich habe euch hier was und zwar etwas aus dem günstigen bereich ich habe euch das unten verlinkt in der beschreibung auf amazon 6 euro und zwar in zwölf farben acrylic mal set auf deutsch da sind auch nur drei pinsel dabei von vostor die haben das im vertrieb ich teste immer gern aus auch günstige sachen warum nicht wenn er jetzt gerade am anfang ist und nicht gleich viel geld für farben ausgeben möchte kann man das auch machen und warum soll man das nicht mit diesen sachen test farben sind dabei titanium weiß lamp black also schwarz raw amber das ist ja dieser braun ton dann primär gelb lemongelb orange scarlet rot kobold blau violett beige und serulian ich spreche es einfach mal aus wie es geschrieben wird blau und emerald grün ok zu beachten gibt es da eigentlich nichts gut hier steht auf deutsch was drauf das muss man ja drauf schreiben eine warnung nicht für kinder unter 36 jahren geeignet ok und dann sie sollten diese packung zum späteren nachschlagen aufbewahren muss ich mal schauen ob das jetzt die farben gemeint sind oder wie auch immer jetzt machen wir mal auf sie natürlich zwölf milliliter keine große toben aber zum ausprobieren warum nicht damit drei pinsel wenn ich sie raus bekomme in ihren kleinen schau gerade bloß immer ob die haare heben gut natürlich kunststoff behaarung sagen jetzt mal aber bei billig pinsel ist meistens so dass die einzelnen herstellen gleich rot abfallen und man die dann im bild hat aber das ist eigentlich ganz okay noch mal eine farbtube raus das ist kobold blau also wie gesagt kleine toben aber warum nicht okay aufstechen schauen wir mal ja natürlich nicht ganz so dick wahrscheinlich auch nicht so stark pigmentiert aber wir testen es einfach mal wir testen es einfach mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020